Um genaue Daten zur medizinischen Versorgung zu bieten, berücksichtigt der Deloitte Healthcare Indikator neben regionalen Unterschieden besonders die räumliche Granularität. Das Ergebnis sind verlässliche Zahlen zu Deutschland, jedem Bundesland, Regionen, Bezirken oder Postleitzahl gebieten, falls notwendig sogar noch granularer. Damit kann der Bedarf der gewünschten Umgebung genau erfasst und geplant werden.